Hey meine Herren, Borken, herzlich willkommen. Ihr erinnert euch doch bestimmt an den Supermarkt, den wir bauen mussten und damit haben wir am Ende sehr viel Cash verdient. Es gibt eine Nachfolge, heute müssen wir ein Krankenhaus bauen. Ich denke, je nachdem, könnte es sein, dass wir im zweiten Teil des Videos den Supermarkt weiterbauen. Ich bin sehr gespannt, was es da noch auf uns war. Mehr Retagen vielleicht oder so. Wir gucken mal. Was gibt es denn hier Schönes, Leute? Also, wir müssen hier der Pfeil zeigen. Ah, wir haben hier einen Patienten, der hat einen Schädel-Hirn-Trauma. Der hat, glaube ich, eigentlich einen Kopf bekommen oder so, weiß ich nicht. Das heißt, wir holen den jetzt hier mal ab, zack, und tragen den. Okay, der gibt mir so Zombie-Vibe. Sind wir hier in einem Zombie-Krankenhaus? Guck mal, das ist irgendwie ganz komisch. Und warum flackert dieses Gras so? Der Patient möchte seine Medikamente, die holen wir hier aus der Klappe ab, geben sie ihm. Und wir haben 10 Dollar Reals verdient. Nice. Es gibt hier anscheinend die Infektions-Corona-Abteilung vielleicht. Und hier gibt es auf jeden Fall noch eine andere Abteilung. Hier die, weiß ich ehrlich gesagt, auch nicht. Ah, wir haben einen neuen Patienten. Der hat Kopfschmerzen. Der Gude. Der hat so eine rote Börde, der Typ. Der hat Fieber. Ah, jetzt brauchen wir das Fieber senkende Medikamentmaterial, würde ich schon sagen. Zack, und 10 Dollar verdient. Und wir kaufen uns unser erstes Add-on, das, denke ich mal, eine zweite Liege ist, oder? Boom. Ja, noch eine Liege. So schnell sind wir nicht. Wir brauchen erst mal... Da kommen zwei. Kann ich auch mehrere mit einmal tragen? Bin ich so ein Superarzt? Oh mein Gott, ich kann zwei mit einmal tragen. Abliefern. Abliefern. Wir brauchen beide Medikamente. Nehmen die beiden in die Hand. Zack, hier bin ich zu schnell gelaufen. Boom. Oh, da kommt schon der nächste hier. Das ist großer Betrieb. Zack, zack. Und 20 Dollar verdient. Trage Nummer drei. Und jetzt können wir für 70 Dollar... Irgendwas Neues. Ich weiß nicht genau. Wir gucken mal. Zweimal Kopfschmerzen. Boom, boom. Den nehmen wir auch direkt am Eingang mit. Der hat sich noch nicht mehr hingesetzt. Rein da. Wir müssen auf jeden Fall, denke ich, dorthin. Weil das ist eine Angestellte. Und die wird dann wahrscheinlich automatisiert das hier alles machen. Das wäre, denke ich, wichtig. Wir brauchen zwei Pillen. Eins, zwei und einmal das hier. Boom. Wie hoch ist denn dann am Ende so dieser Turm? Alle abgeliefert. Und da sind schon wieder die nächsten drei. Leute, nicht vergessen. Ich kann erst weitermachen, wenn ihr Like abgeliefert habt. Nein. Also wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall gerne positive Bewertung da. Würde ich mich sehr, sehr freuen. Und ihr könnt mich auch unterstützen. Ne, das ist wichtig. Wenn ihr kostenlos abonniert, das ist ein Klick. Wir haben ein paar von euch gemacht. Okay, wir liefern ab. Zack, zack, zack. Dreimal Pillen. Das ist ja einfach. Kann ich auf euch stehen bleiben. Ich denke mal, ich kann das jetzt hier noch kaufen, oder? Ja. Boah, aber weiß ich nicht, ey. Wir brauchen mal mehr. Das muss ich hier nicht so weit latschen. Das ist eigentlich ganz praktisch. Zweimal Pillen, einmal Tablette. Das ist eher so Hustensaft oder so. Weiß ich gar nicht. 70. Wir haben 70, Leute. Wir kaufen das hier. Ich weiß nicht, was das ist. Wir kaufen es. Oh, wie viel. Ah. Ah, und jetzt kannst du... Ich denke, die laufen dann von selbst auf die Tresen. Wir müssen schnell 20 verdienen, damit wir die anheuern. Gott, was ist er denn? Er hat einen Fieberthermometer. Oh Gott, ey. Zack, 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 zack. So. Jetzt können wir uns die nette Dame hier... Ah, ein Doktor. Free. Mhm. Upgrade. Okay, Upgrade können wir noch nicht machen. Nein, wir können noch einen Doktor uns schnappen. Da haben wir zwei Doktoren. Wir sollten uns so viele Doktoren wie möglich schnappen, oder? Aber dann können wir die... Das sage ich euch ganz ehrlich. Können wir uns die Arme, die Füße auf den Tisch legen? So, wir brauchen zwei Pillen. Nee, verdammt, wir brauchen gar keine Pille. Ich brauche hier eine Tablette. Ich meine, Pille ist einfach nur ein anderes Wort für Tabletten. Hier liegt Geld auf dem Boden. Hilfe, sammelt das doch ein. Äh, noch einen Arzt. Haben wir genug? Nee, 50. Ich habe eine Idee, wie das wirklich die optimale Arbeitsverteilung ist. Ich haue mir hier meinen Stapel voll. Und jetzt liefer ich einfach die sofort ab. Das ist doch übelst klug, oder? Guck mal, jetzt bringt er die hier nämlich. Und ich kann sofort... Ich habe ja beides. Das heißt, so oder so. Boom. Sofort abgeholt. Hallo, lassen Sie mich abholen. So, danke. Okay, wir haben 120. Hilfe. Bam. 550. Okay, das ist ein bisschen sehr teuer jetzt, ne? Wollen wir mal entspannt bleiben. Mehr, meint ihr mehr Tragen machen Sinn? Ich weiß nicht, ob mehr Tragen jetzt... Ich sehe lieber das hier für 150. Lass uns mal was anderes probieren. Wie hoch kann ich das denn überhaupt stapeln? Was ist denn die maximale Grenze? Das sind die wichtigen Entscheidungen im Leben, die wir jetzt erstmal hier ausloten müssen. Denn ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob es eine Grenze gibt in dem Spiel. Es gibt keine Grenze. Oh mein Gott. Ich kann es nicht sehen. Es ist zu viel. Gott, hier liegt so viel Geld auf dem Boden rum. Sehr verrückt, ey. Auch geil, wie die Kunden so... Ja, ich habe nur das andere Produkt. Ich kann ihm nicht helfen. Auch geil, wie die Kunden so bezahlen. Einfach das Bargeld beim Arzt. Einfach so in den Raum schweißen. Ja, die brauchen alle den anderen Kram. Damit kann ich nicht dienen. Den brauchen wir. Boom. Die mit dem roten Kopf. Hallo. Oh nee, sag nicht, dass das jetzt verbatgt, weil ich zu viel habe. Oh oh. Ich glaube, ich habe das Spiel kaputt gemacht. Warte mal. Nee, das sind ja alles die anderen. Hier, der, hier, der. Den können wir helfen. Sag bitte, das geht jetzt. Oh ja, zum Glück. Ich dachte, das ist kaputt. Wir haben sehr viel Geld. So, gehen wir an denen vorbei. Weil die brauchen wir erstmal nicht, denke ich. Und schauen, dass wir das hier kaufen. Ja, zack. Ah, das sind einfach noch mehr Betten. Meint ihr, es macht Sinn, diese ganzen Betten zu holen? Naja, die sind sehr günstig. Also, ich denke mal schon. Ich spare aber, glaube ich, erstmal auf einen weiteren Angestellten. Auf einen weiteren Arzt. Sind jetzt die Ärzte günstiger, wenn ich mehr Betten habe? Nee, 550. Guckt mal, mein Turm ist jetzt fast wieder weg. Ich habe es geschafft. Man kann es aber, denke ich, unendlich machen. Ich glaube, das haben die Programmierer nicht bedacht. Ich stelle mich die nächste Frage. Da wir den Turm unendlich machen können, kann dann hier auch unendlich viel Geld liegen? Das ist die nächste Frage, die ich mir stelle. Alter. Okay, Leute. Wenn ihr wollt. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr möchtet, dass ich, falls wir das Spiel ein zweites Mal zocken, und ich denke, das werden wir tun, ob ich dann wirklich einfach mal das Ding hier 30 Minuten AFK rumstehen lassen soll und dann wiederkomme. Und ob dann hier wirklich Geldberge auf dem Boden liegen. Ich meine, habt ihr gerade gesehen, wie viel Geld da auf dem Boden lag? Das war jetzt eine Minute vielleicht. Oder zwei Minuten, allerhöchstens. Okay, wir haben 500. Wir können jetzt einen neuen... Junge, ey, entschuldige mal. Wir können jetzt einen neuen Arzt. Wir könnten aber auch dieses Knochengebiet, Knochenbrüche behandelt werden. Wir haben ein bisschen gespart, Leute. 676 haben wir und wir holen uns die neue Abteilung. Dauert ein bisschen, bis wir das Geld gut geschrieben haben. Und... Oha, die ist riesig. Das rüber. Boom. Okay, ist gleich aufgebaut. Es kommen neue Patienten. Wir haben hier... Hä? Ich hab den direkt genommen. Raub auf die Liege. Er braucht einen Verband. Kriegt er. Und zack. Okay, lass mal vergleichen. 206. Wir müssen jetzt wirklich mal gucken. 206. Zack. Wie viel gibt so ein Patient und wie viel gibt ein anderer? Die müssten ja eigentlich mehr geben. Okay, das waren 15. Man, hier liegt wieder das Geld überall rum. Ich brauch mal jemanden, der das einsammelt. Alter, for real. Das ist ja alles im Au, ey. Okay, der braucht eine Pille. Kann ich gleich machen. Oder wir lassen einfach ihn machen und gucken, wie viel das gibt. 30. 10. Oha, okay. Das gibt viel mehr links. Tschüss. Aber wir sollten aber definitiv hier... Zack. Einen Doktor holen. Der erste kostet 400. Das ist sehr, sehr wichtig, das zu automatisieren. Oder ich hol mir erstmal eine zweite Liege. Das könnte auch sehr praktisch sein. Eine zweite Liege macht wahrscheinlich mehr Sinn, ne? Ein. Mir fehlt ein Dollar Roni, ey. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Und wir haben genug. Boom. Wir kaufen die zweite Trage. Dann kriegen wir nämlich jetzt auch zwei Patienten. Das heißt, wir kriegen per Handarbeit quasi doppelt so viel Cash. Natürlich ganz praktisch, ne? Ich glaub, wenn ich gesagt hätte, da werden wir gar keine Zeit haben, heute das Supermarkt-Spiel zu spielen. Doch, ich werd's nochmal... Ich werd's ganz kurz anzocken. Aber wir haben ja wirklich zu tun wie in der Ernte hier. Die Leute sind krank, 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 krank. Mein Gott, ey. So. Ich geh mal rüber und sag mal mal das ganze Cash auf. Jo. Chill ich auf jeden Fall. Aber es lohnt sich eigentlich fast gar nicht mehr, ne? Weil das links so viel mehr Kohle gibt. Ui. Zack. 290 gerade mal. Wir haben genug für unseren ersten Oberarzt. Ach, der hat nur 400... Aber Upgrade können wir noch nicht. Also wir müssen mal so freischalten wahrscheinlich. Jetzt können wir wieder den alten guten Trick machen. Während der immer die Patienten hin und her schleppt, können wir uns hier 4000 Pflaster auf die Schulter packen. Was denkt ihr, wie viel Geld jetzt hier auf der anderen Abteilung gerade rumliegt? Ich kann euch sagen, definitiv mehrere 100. Ich hab gar keinen Bock, alles einzusammeln. Da gibt es ja noch eine andere Abteilung auf der rechten Seite. Aber ich wollte eigentlich mal gucken, wie viel... Ne, warte mal. Das muss mal ein bisschen taktisch vorgehen. Wir könnten uns natürlich jetzt für 200 da noch mehr kaufen. Aber das macht, denke ich, keinen Sinn. Das macht, denke ich, mehr Sinn, sich einen Arzt für 600 zu ziehen. Boom. Zwei Patientenbetten, zwei Ärzte. Das passt doch. Super, Leute. Mein guter alter Supermarkt. Nach der anstrengenden Schicht im Krankenhaus, Leute. Hier wieder beim schönen Supermarkt. Wir haben am Ende der letzten Episode, hatten wir die Milchpappen freigeschalten, die 50 geben pro Packung. Das ist natürlich sehr, sehr vieles. Mehr als das Doppelte von dem Produkt, das wir davor hatten. Das heißt, wir starten die Session. Warten, was hier nochmal? Hier kann ich ja die Angestellten. Stimmt. Da hab ich gar kein Geld. Stimmt, ich hab ja Angestellte, hab ich gar nicht vergessen. So, wir nehmen jede Packung einmal, dann können wir alles nachfüllen. Müll ist ja auch ohne Ende, ey. Wir müssen die Milch nachfüllen. Milch gibt am meisten Kohle, das ist am wichtigsten. Eigentlich muss ich nur bei der Milch stehen. Milch ist ein übelster Renner. Guckt euch das mal an. Die Leute saufen und saufen. Oh nein, ich hab keine Milch mehr. Jetzt kaufen sie die nicht mehr, oder? Ui, ui, ui. Was ist denn die Milch überhaupt? Ist das die Milch? Ja. Ui, 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 ui. Nein, die sind alle weg von der Milch. Alle weg. Okay, ich würde sagen, wir pfeifen komplett auf alle anderen Produkte und stellen uns einfach nur mit mehreren Milchcontainern an die Milch. Moment, putz doch mal. Wieso stehst du da so rum? Das war, glaube ich, eine mauererste Schicht. Wobei, 1300. Wir müssen uns mal unseren Rekord merken auch. Wir tracken ab jetzt mal den Rekord. 1748. Okay. Oh, oh. Leute, da kommen die Kunden. Die müssen aber zuerst hier. Ich muss zuerst die Milch. Ja, das ist jetzt leer. Aber da pfeifen wir drauf. Ist alles egal. Pfeifen wir auch drauf. Wir holen uns hier. Ah, ich kann mir nur einmal die Milch holen. Ui, ui, ui. Ich bin da halt mit der Allohne, keine Sorge. Zack. Wieder Milch, wieder Milch. Wieder Milch. Oh Mann, ey. Vielleicht bin ich überfordert. Ich brauche einen besseren Helfer. Ich muss in den Helfer investieren. Oder ich muss irgendwie eine Milcharztin da haben oder so. Das ist hier alles nichts. Du hier jetzt unterwegs. Ja. Und jetzt wieder zur Milch. Die gibt halt viel mehr. Also viel. Nein. Da ist keiner mehr. Ja, das war aber besser schon als beim letzten Mal. Wir müssen uns auch in der Taktik überlegen, wie wir das besser hinkriegen. 2026. Okay. Wir können Geld investieren. Ich würde sagen, wir investieren in die Mitarbeiter. Das ist, denke ich, klug. Okay. Hier kriege ich mehr Geld. Helfer 2. Das ist... Ah, guckt mal. Das ist für die Fleischwaren. Das ist sehr wichtig, denke ich. Den holen wir definitiv. Ah, jetzt sammelt ihr auch Trash. Und Cleaning. Man muss hier auch putzen noch. Das habe ich noch gar nicht freigeschaltet. Also zumindest kam es noch nie vor. Wir starten. Jetzt können wir uns wirklich nur noch clean um die Milchsachen kümmern. Das ist ganz geil, weil für die anderen beiden Sachen haben wir Helfer. Wir haben außerdem unseren Kassierer aufgewertet. Der kriegt jetzt mehr Kohle. Wir müssten eigentlich was sehr Wichtiges machen. Ich habe ja schon so einen kleinen Hack in diesem Spiel gefunden. Den werde ich euch gleich nochmal zeigen, falls ihr den vergessen habt. Das werden wir jetzt in der nächsten Runde machen. Das ist... Dann erspare ich mir... Also dann... Das wird einen heftigen Boost geben. Ich zeige euch das gleich. So, Hammer. Oh, Alter, um die Ecke sogar. Save-Rekord, oder? Save. 2.550. Passt auf. Wenn nämlich... Ich kaufe jetzt hier mal mehr Sachen. So. Jetzt passt mal auf nämlich. Jetzt erstmal befülle ich das natürlich. Boom. Wir starten die Wave. Ich warte jetzt, bis ich mir meine Milchpappe hier holen kann. Und solange nämlich ein Regal noch nicht voll aufgefüllt ist, ist es komplett... Dann reicht quasi meine Milchpackung unendlich. Jetzt kannst du quasi hingehen. Das auffüllen. Hier hingehen. Das auffüllen. Jetzt kann... Jetzt muss ich warten, warten, warten. Ja, das kann ich jetzt gerade nicht. Ja, jetzt gehen die nämlich zur anderen. Alles gut, jetzt kann ich das wieder. Jetzt kann ich das wieder. Solange ein Item fehlt, ist alles gut. Dann habe ich es... Dann reicht mein Vorkommen unendlich. Dann muss ich nicht zurück zum Lager rennen. Versteht ihr? Das ist der Trick. Mann, was ist das denn hier? Oh, die gehen lang einkaufen. Boah, das ist safe. Ein Übelzer Rekord. 100%. Wir sind jetzt schon bei 2K. 2.2. 2.4. 2.7. 3. Jawohl. 3. 3.3. 3.6. War ich da so mit der Milch da OP am Start war, Leute? Sag ich das? 4K, Alter. Anderer Rekord. Alter, wir haben Rich Clients. Oder ein Rich Client, eher gesagt. Das haben die mir gerade angeboten. Da nutze ich das Angebot natürlich gern. Milch, Milch, Milch. Los. Das können wir eigentlich auch mitnehmen. Da haben wir beides. Und jetzt schnell, schnell, schnell. Da ist der Rich Client. Ihr müsst mal alles supporten. Hier rein, da rein, da. Jawohl. Rein. Zack, 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 zack. So, wo haben wir? Ne, das darf ich nicht. So, hier, hier, hier. Boah, Milch ist perfekt nachgeladen. Wo ist der Rich Client? Ich hoffe, der kann einkaufen. Hier, kauf doch. Ich habe nichts mehr. Ich habe nur Milch. Kauf doch Milch. Da ist doch alles da. Wo ist der Rich Client? Hat er schon. Uff, da ist er, Leute. Der hat seinen Einkaufswagen so vollgepackt, ey. Das ist der übelste Rekord. Toh, ho, ho, ho. 3, 4. 3, 6. 3, 9. 4. Das wird ein Fünfer, Leute. Das wird eine Fünfer-Runde. 4, 5. 4, 8. 5, 5, 2. 5.500 Monaten haben wir verdient, ey. Es gibt aber noch einen Raum, ne? Es gibt einen noch teureren Raum. Jetzt kommt Pepsi hier, oder? Ne, wir können noch einen. Es hat immer mehr Kunden pro Welle, pro Regal. Na, guck mal, jetzt haben wir was Neues. Jetzt haben wir was Neues. Das ist, denke ich mal, wir gucken mal. Ich glaube, das ist irgendwie Pepsi oder Wasser oder so. Wir gucken mal. Ja, Pepsi. Aber es gibt auch nur 50, denke ich. Also ist eigentlich egal. Was mich aber interessieren würde, ist, kann ich jetzt für die Getränkeabteilung mir langsam mal einen Angestellten holen? Unlock Chips, Unlock Specials. Okay, es gibt noch zwei neue Etagen. Jetzt wird eine absolute Rekordrunde, Leute. Wir haben die Regale. Wir können jetzt nach dieser Rekordrunde höchst... Wir können sogar neue Personalie einstellen. Sehe ich da gerade, kann ich mir die leisten? Ne, keine Zeit, keine Zeit. Ich muss schnell hier Getränke... Ja, die können wir auch nehmen vor dem Siebel. Und jetzt zack, jetzt go, 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 go. Die stürmen alle zu den Orangensäften, die wir jetzt auch freigeschaltet haben. Hammer alles, Leute. Hammer, Hammer. Hammer. Mann, die trinken alle Cola, Cola, Cola hier. Zack, zack, zack. Milch, Milch, Milch. Hammer, 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 Hammer. Hammer hier, das Regal. Das ist leider leer. Müssen wir auch mal nachfüllen. So, Hammer, Hammer, Hammer. Ich bin gespannt, was der Rekord wird. Ich sag 6K. Minimum. Ne, mehr. Wir haben mehr Regal und eine Doppel-Wave-Round. 10K. So eine 10K-Runde, ich sag's euch, wie es ist. Ja, ich hab keine Milch mehr, tut mir leid, Kumpel. Zack, zack, das noch alles schön einsammeln. Und wir gucken. Alter, die steht so. So, wir gucken, wie viel haben wir schon auf dem Taro. Jetzt schon. Ich sag doch Rekordrunde, Leute. Hab's euch ja gesagt. Jeder gibt ungefähr. Oh, ich hätt mal den Kassierer upgraden müssen. Das hätt natürlich hier heftig gescheppert, ne. Hier nochmal so 5% mehr. Ne, das wird sogar mehr als 10.000, oder? Ne, hm. 9,4. 9,6. 9,8. Boom. Oh, wie genau ich das geschätzt hab, Alter. Geil. Und wir können unsere, ich denke, Chips-Abteilung kommt jetzt dran, ne. Die Chips-Abteilung kaufen. Neue Sektion Chips. Okay, Chips mit Dips. Und die geben New, Hire, und 100. Die geben 100. Das heißt, nochmal das Doppelte von der Cola. Das ist natürlich stark, ne. Da verdienen wir uns ja dumm und dämlich. Okay, dann lass mal hier rüber gehen. Und wir können uns jetzt auch hier den Helper für die Getränke holen. Aber leider haben wir nicht genug jetzt. Das heißt, wir müssen es eine Runde noch per Hand machen. Und wir sind ready für die nächste Welle. Aber ich bin auch ready für das Ende des Videos. Also würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr euren Like abgeht, wenn euch die Folge gefallen hat. Plus abonniert auf jeden Fall. Und dann sehen wir uns morgen. Haut rein, euer Benson. Ciao.